Ja, da sind wir wieder. Heute fahren wir zum Baumannshof in Kleve-Wabein. Dort haben wir eine Geburtstagsveranstaltung mit circa 100 Gästen. Die bekommen heute Spanferkel und Pute am Grill. Als Beilang zu Spanferkel und Pute gibt es dann heute Antipasti, Tomate, Mozzarella, ein paar verschiedene mediterrane Salate, hausgebackenes Brot, Kräuterbutter und einige Dips. Außerdem haben wir Pfanngemüse, Rosmarinkartoffeln und Kartoffelbutter. Als Dessert gibt es heute Mousse au Chocolat, Tiramisu, Panna Cotta mit Mango-Fiersich-Kompott und eine Creme Brulee, die frisch vor Ort flambiert wird. Ein paar Informationen zum Baumannshof gibt euch der Arnold jetzt noch. Ja, ich begrüße sie bei uns auf dem Baumannshof. Ich heiße Arnold van de Sand. Ich betreibe seit 18 Jahren schon die Gastronomie hier auf unserem Baumannshof. Sie können Hochzeiten bei uns abhalten und auch natürlich Geburtstage. Es können Feierlichkeiten abgehalten werden von 60 bis 200 Personen. Und mit dem Herrn Bosmann, um den es ja heute Abend hier besonders geht, haben wir einen sehr guten Partner gefunden, der also die in Arnold, Schloss Arnold gelernt hat, die feine Küche gelernt hat und auch diese Küche auch in seinem, also man findet diese Küche in seinen Buffets immer wieder, was also sehr, sehr schön ist. Wenn Sie eine Hochzeit planen oder einen Geburtstag planen, dann besuchen Sie uns einfach mal. Wir stellen Ihnen unseren Saal vor, unser gesamtes Programm vor mit unseren Catern oder mit unserem Cater, Herr Bosmann, diesem Falle heute besonders. Es wird Ihnen mit Sicherheit Spaß machen und Sie werden mit Sicherheit dann auf uns zukommen. Ja, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020